Ja, ich stehe hier gerade in der Box von Berkadi, unserem einzigen Läufer, am Sonntag in Düsseldorf. Er wird dort mit mir zusammen laufende Amateurin über 1700 Meter. Sein erster Start für uns war noch in eigenen Farben, über die gleiche Distanz. Dort konnte er Zweiter werden. Das war sehr gut, wir waren sehr zufrieden mit ihm und freuen uns sehr darüber, dass wir ihn im Stall verkaufen konnten an Herrn Feig. Wir denken, dass er sehr viel Spaß mit dem Pferd haben wird und gehen davon aus, dass er auch mit sehr guten Chancen in das Rennen am Sonntag gehen wird.